Du hast mich noch nicht erkannt Wir haben so viel erlebt Es ist, als wäre das alles nie geschehen Nichts ist mehr geblieben Alles vor weit weg All die ganzen Jahre Und es dir wohl auch so geht Dass du mich nicht mehr verstehst Es ist, als wäre das alles nie geschehen Nichts ist mehr geblieben Alles vor weit weg All die ganzen Jahre 15 Jahre sind das schon, wo ist die Zeit noch hin? Tja, ganz schön aufregend fand ich die letzten 15 Jahre In einem Wort einfach nur gigantisch Man ist schon stolz, dass man es mitgenommen hat Die Zeit mit Horizont war sehr schön Eine sehr aufregende Zeit Es geht eigentlich darum, für sich selbst zu erkennen Was man in 15 Jahren erreicht hat Wir haben regional und überregional so viele Leute mit auf die Reise nehmen können Dass wir in unseren kühnsten Träumen nicht daran geglaubt hätten Es war irgendwie immer da Und es war verdammt schön, dass es immer da war Auf der anderen Seite war es manchmal auch verdammt harte Arbeit Ja, 15 Jahre war eine lange Zeit, eine schöne Zeit Aber nun ist es auch an der Zeit, vielleicht neue Wege zu gehen Es war, wie gesagt, eine sehr schöne Zeit Und wie gesagt, man erfindet das Rad nicht mehr neu Man muss eröffnen, wenn es am schönsten ist Ich denke, die Zeit mit Horizont war eine wunderschöne Zeit Aber ich denke, nach 15 Jahren sollte man Platz für Neues schaffen Es geht darum, dass eine Coverband ein Verfallsdatum hat Es geht darum, dass du dir immer neue Ziele stecken musst Und es geht darum, dass wir uns auf das freuen, was jetzt kommt Wir werden bis ans Ende unseres Lebens weiter Musik machen In welcher Art und Weise muss jeder für sich selber entscheiden Aber wie ich diese Band einschätze, werden wir alle nicht weit voneinander entfernt sein Freut euch da mit uns drauf und haltet die Ohren offen, was passiert Für die Horizont GbR wird die Abschiedstour Rückspiegel das letzte Kapitel sein Danke für die letzten 15 Jahre Verdammt, das war geil Man sieht sich immer zweimal im Leben Ich habe mir geschworen, diesen Satz nie zu sagen, aber wenn es am schönsten ist Und wie man immer so schön sagt, man soll aufhören, wenn es am schönsten ist Dankeschön für 15 tolle Jahre mit euch Und wir sehen uns Und ich freue mich auf unsere große Abschiedstour Ja 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 Ja